Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über HeidmeyerP geschrieben, welches er mit 4,1 Sterne bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Benutzt du bereits einen VPN-Service? Wenn nicht, dann solltest du sofort damit anfangen. Gerade jetzt in der Zeit von Vorratsdatenspeicherung wird jeder ohne sein Wissen überwacht. Dank AirPods Note und vielen anderen Internetaktivisten kann man das Licht, dass wir alle von der NSA ausspioniert werden. Falls du in einem Land wohnst, wo bekannte Webseiten wie YouTube oder Facebook gesperrt sind, kannst du diese Sperre ebenfalls mit einem VPN-Dienst aus dem Weg gehen. Was ist ein VPN-Service und wie bin ich dadurch sicherer im Internet unterwegs? Beim VPN wird über eine verschlüsselte Verbindung die Anfrage vom Internetnutzer an den Server des VPN-Providers gesendet. Dort bekommt der Nutzer dann eine neue anonyme IP-Adresse und die Anfrage wird dann an die Zielseite im Internet weitergeleitet. Alle Daten, die vom Rechner gesendet werden, stecken in diesem sicheren Tunnel und sind von außen nicht einsehbar. Somit ist VPN bestens geeignet, um auch in offenen WLAN eines Cafés oder einer Konferenz zu surfen. Jedoch sollte man bei der Wahl des VPN-Service nicht sparen. Denn immerhin soll der eigene Internetverkehr mit persönlichen Daten und Passwort über dieses VPN-Programm laufen. Der VPN-Provider weiß nämlich wer du bist und was dich interessiert. Mein absoluter Favorit zwischen den zahlreichen VPN-Providern ist definitiv HideMyIP. Denn im Gegensatz zu anderen Anbietern bezahlt man hier nur einmalig 30 Dollar und man erhält lebenslang kostenlose Updates. Zudem ist die Software sehr übersichtlich gestaltet und kommt mit einer guten Performance daher. Es gibt auch eine deutsche Version von HideMyIP, diese ist allerdings nicht sonderlich gut übersetzt. Warum HideMyIP besser ist als viele andere Anbieter? Die Software ist nicht nur für Windows-Rechner verfügbar, sondern auch für Apple, Macs und Android-Geräte. Der grundlegende Unterschied von HideMyIP zu anderen VPN-Diensten ist, dass HideMyIP eine kostenlose 7-Tage-Testversion anbietet. Dazu kommt noch die Einmalzahlung. Bei vielen Anbietern muss man täglich, monatlich oder jährlich bezahlen. Hier ist es ganz anders. Hier bezahlt man einmalig nur 30 Dollar. Sobald du die Software beendest, werden deine VPN-Einstellungen wieder zurückgesetzt und du kannst mit deiner richtigen IP weiter surfen. Die Funktionen. Anonymes und verschlüsseltes Surfen. Entsperre jede Webseite. Unterstützt Windows, Android, Mac, Linux und iOS. Halte die Regierung und Hacker davon ab, dich auszuspielen. Versende anonyme E-Mails. User-Agent-Änderung möglich. IP-Rotation möglich. 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Deutsche Version erhältlich. Tausende verschiedene IP-Adressen in verschiedenen Orten. Unterstützt du Browser, Internet Explorer, Firefox, Google, Chrome, Safari, Opera, Netscape und mehr. Unterstützt nicht nur Browser-Applikationen, sondern auch Programme wie Outlook, Windows, Mail, Yahoo Messenger, Skype, Online-Games und viele mehr. Bequeme Zahlungen über zahlreiche Anbieter. Ich habe die Software bequem mit Bitcoins gekauft. Alleine das ist schon ein großer Pluspunkt. Leider unterstützen bislang nur wenige Onlineshops die Zahlungen mit Bitcoins. Die Installation ging schnell und einfach. Man wird Schritt für Schritt durch den Installationsvorgang geführt und kann anschließend sofort loslegen. Wenn man den Premium-Service hat, kann man zwischen allen Locations auswählen und mit der vollen Geschwindigkeit surfen. Falls man keine Premium-Version hat, kann man lediglich zwischen einer Handvoll gratis Locations auswählen. Bei meinen Tests war die Geschwindigkeit aber nicht wirklich schlechter als bei der Nutzung ohne die VPN-Software. Man kann außerdem eine sogenannte IP-Rotation aktivieren. Hier wird die IP-Adresse in einer bestimmten Zeit beliebig oft geändert. Falls Probleme auftreten oder man Fragen hat, antwortet einem der Support ebenfalls sehr zügig, was ein hohes Maß an Seriosität zeigt. Vor dem Kauf kannst du die Software auch ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen und nach dem Kauf hast du eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn dir deine Daten und deine Sicherheit am Herzen liegen, wolltest du bei diesem Angebot jetzt zuschlagen. Falls du vorab noch Fragen zur Software hast, dann schreibe unter diesem Bericht einfach einen Kommentar. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de. ! smoking Vielen Dank.